Yo, 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 was geht ab, Bitches? Mein Name ist Unwichtig. Willkommen zu einer Runde Random Browser Games mit lustigen Diggern und Magie, aber no homo. So, willst du zuerst? Nein, du. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. 9,97. Schlag das. Ich bin mit deiner blöden Maus umschuldig. Ja, ja, meine Maus ist schuldig. Wenn du das jeden Tag zockst. In diesem Moment habe ich gewonnen. Ja, wenn du das jeden Tag zockst, kann ich doch nichts daran ändern. Wenn ich das jeden Tag zockele. Ja, du bist doch jeder Bauer. Also, wer hat gewonnen von uns beiden? Du bist der Bauer, du kannst halt besser gehen. Okay, danke. Warte noch mal, schaffe ich 5? Du schiebtest ja, du drückst ja da. Was passiert hier? Aber siehst du, ich habe mich eingependelt auf knapp 10 Sekunden. Was machst du denn da? Du hast gesoomt. Oh nein. Du hast ein Spielkampel gemacht. Das funktioniert bei, ne? Mit dir gegen die linken Maus, das heißt nicht, Mäuschen. Das ist so tof. Gerade mal 24 Sekunden. Hallo, nochmal. Ich würde helfen, wenn du Kürzer weiter nach oben hast. So lasst du mir der Zeit, die Kürze. Verbessert, hallo. Hälfte der Zeit. Ja, ich schau mir das auch. Nein. Kann man die Bäume aufhören? Abschütter. Hängen aber keine Äpfel dran. Müsse. Ihr kommt immer noch besser als du. Ich bin schlecht. Du musst die Kür auch schicken. Tritt die Kür auch nicht. Ganz schnell. Ich kann mit deiner Maus nicht umgehen. Sie ist viel zu groß. Hallo. Let's watch it. Deine Maus ist zu groß, ne? So, um das mal klarzustellen. Bei dir kommen auch viel mehr Kühe. Ja, komm bei mir an. So, um Alp von uns. Ja. Oh, nein. Tamara wollte unbedingt, dass wir das spielen. Ja, danke Tamara. Wir nehmen gerade unglaublichen 3 Frames auf. Woo. 9, 4, 6. Ja, so zählt man. 3, 9, 4, 6. 20, 14, 21. Ja. Hast du nicht noch einen lustigen Witz? Der letzte ist super angekommen. Seit dem Witz habe ich 3 Abonnenten mehr. Der war lustig. Nein. 2 vorne, 2 hinten, 2 links, 2 rechts. Mh. Habe ich dir nicht mal erzählt? Wir fanden den ultra lustig. Nein. Nein? Nein. Okay. Und sonst so? Was macht dein Clown im Büro? Faxen. Sieht noch nicht schön aus. Äh, Z, Jump, Double Jump, X Rainbow Tag. Soll ich anfangen? Ja, ich... Warum? Z war Jump, ne? Ja, ich glaube schon. Voll die Pornomusik. Ich hab... Achso, Panda. Ich folge jetzt... Hä? Hä? Bist du ein Panda? Ich hab keine Ahnung. Oh. Ja, komm. Jetzt hast du... Oh nein, ich bin nicht... Nein, ich möchte... Der Panda war cool. Hallo, eigentlich bin ich drin, ja? Bist du versagt. Ey, ich... Drei Leben hat jeder. Stand da. Hier oben links. Ja. Zwei noch. Eins, sorry. Sorry. Kann ich eigentlich nur zweimal spielen? Ja. Was war denn? X? Äh, hier dieser Rainbow Dash. Da. Das, was überhaupt nichts bringt. Was ist das bitte für die Musik? Das ist nur ein Chinesen-Gang. Das ist normal. Jawoll. Panda! Boah, der kann Vollball spielen. Hast du das gesehen? Warum hat denn der ein Horn? Weil das ein Panda-Hörchen ist. Ah. Da merkt man... Da merkt man direkt seine asiatische Wurzeln. Yo. Oh, oh, oh. Für was war ich? Ja, ich klicke mal kurz. Okay. Z. Z springen, X. Irgendwas. Du kannst nur zweimal spielen. Weiß ich. Du hast gerade aufgefasst. Natürlich. Oh. Da kannst du nicht durch. Alles klar, danke für die Info. Ja. Beim nächsten Mal schaffst du es. Ja, du spielst es den ganzen Tag auf dem iPhone. Ja, auf dem iPhone. Du hast Vorkenntnisse. Aber nicht genau das. Die Musik auf dem iPhone ist geiler. Viel geilere Musik, oder? Das ist auch viel geilere Grafik. Das ist echt geil, oder? Entschuldigung. Ich möchte nochmal und du spielst, sonst bist du für ein Affe. Hallo, weil jeder von uns drei wird heute. Ich bin jetzt extra für dich gestorben. Guck mal, da unten. Hä? Das ist aber, kann das sein, dass das Level, das ist aber Wahnsinn. Das ändert sich immer. Traumhaft. Das habe ich eben auch schon festgestellt, weil da war auf diesem Hubbel nämlich eben ein Stern. Da habe ich immer verkackt, dann war er nachher nicht mehr da. Das war nett. Und dann ging das. Nachher immer. Du hast wie aufgespielt, dreimal? Ja. Immer. Ja, komm. Ich sage gar nichts. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott, yes. Fucking Kader. Was hat der gerade für einen Sprung gemacht? Das war der Arschbomben-Streckspruch. Warum ist da unten der Fien? Das ist immer der cooles Indikator. Je mehr der Fien, desto guter. Das war der falsche Knopf. Was? Oh geil, ich habe ja noch einen. Letzter Versuch. So tut. Danke, Obama. Ich zeig dir mal, wie man das macht. Tamara, ich hoffe, das ist genau das Spiel, was wir spielen sollen. Ich habe nämlich keinen Bock, das nochmal zu machen. Da, diese... Jedes Mal, dieser blöde Stern, ne? Ich glaube, der ist rassistisch. Der mag keine Einhörner. Der mag keine Einhörner. Absolut nicht. Oder er ist frauenfeindlich. Oder so. Aber, na, das Einhörner hat keine Brüste. Weil drüberspringen geht nicht, aber... durchfliegen auch irgendwie nicht. Doch. Ja, das war der nicht, der. Ach so. Das war der auf den Stand. Panna! Pippi, Panna, Pau. Ach nicht. Ich habe gar nicht gemacht. Wie hast du das gemacht? Weiß nicht, ich bin einfach direkt durchgelaufen. Obwohl das auch sinnlos ist. Fuck, Lottweil. Warum geht der so schnell? Ja, der Kopf fliegt ab. Da steht Robot Unicorn Attack. Vielleicht, weil das ein Robot ist. Ja, aber das ist ja noch nicht mal ein Unicorn. Das ist ja ein Uni-Panda. Pandacorn. Popcorn, Pandacorn. Alles dasselbe. Popcorn ist es. Warum kommen hier keine Sterne? Was ferns? Ja, boah. Langsam habe ich draus, ja? Also... Ja, du schaffst es schon. Dafür, dass ich kaum Pizzi viel gestocke. Popcorn, popcorn, popcorcorcorcor. Pompkizzi viel tocorcor. Der wichtige Knopf wäre X gewesen. Okay, nochmal. Oh nein. Wie kann ich mehr? Was machst du denn? Das ist voll unfair. Nein, ich möchte es jetzt noch einmal weiter schaffen bis zu dem Kackpanda. Und dann hören wir auf. Wir halten fest, ich habe es bis zum Wolf geschafft. Das Spiel ist nämlich sowas von scheiße. Also. Ich finde aber die Musik, die ist so ein bisschen egotisierend. Beste Musik. Warum so früh? Wahrscheinlich, ich habe gerade, der eine Stern, den du durchgeballert hast, der hat ein bisschen so statischen Elektroblitzzeugs. Ja. Du weißt, was ich sagen wollte? Natürlich. Ja, natürlich. Ich finde nochmal voll die Komfurrolle. Weiß ich. Wie oft kannst du eigentlich springen? Klicken, liken, kommentieren. Danke. Wie soll ich eigentlich liken? Liken? Ja, liken. Liken. Das ist doch Quatsch. Abonnieren ist... Nee, gar nicht. Heißt das auch like auf YouTube? Liken, Daumen hoch. Auf jeden Fall das Ding da unten grün machen. Das wäre schön. Also, nee, das... Abonnieren ist auch erlaubt. Ja, und also nicht das Ding da unten, sondern den Dorn. Wenn ihr ein grünes Ding da unten habt, das wäre irgendwie nicht... Ja, okay, jetzt... Na, warte. Ich muss... Ich habe jetzt schon einen stilistischen Abschied. Halt lieber den... Und tschüss. Ich habe jetzt schon einen stilistischen Abschied.